löscht du kommentare vor kurzem habe ich einen shit unter dein youtube video gesehen es kommt darauf an es kommt darauf an wenn kommentare konstruktiv sind also ich selber lösche gar nichts aber ich habe ein team was das macht wenn wenn da konstruktive kritik steht nö wenn da einer schreibt du bist dann ja dann wird die person ausgeblendet weil mit solchen leuten man muss auch immer überlegen ich habe früher zum beispiel hier früher immer versucht so mit allen leuten zu diskutieren das war auch so ein ding so ich wollte immer so jemand hat irgendwas gesagt gegen das was ich mache und ich war immer so jo komm lass uns darüber reden nein ich glaube ich kann dich überzeugen ich glaube du hast eine falsche ansicht und so weiter aber irgendwann habe ich gemerkt es gibt leute mit denen kann man nicht diskutieren so menschen die an coachable sind die andere meinungen nicht zulassen die den zu hohen narzissim score haben mit den leuten brauchst du nicht diskutieren wenn jemand schreibt du bist also was soll ich da schreiben hey ich habe mit meiner ma noch mal geredet und tatsächlich hat sie nie als prostituierte gearbeitet weißt du das macht ja keinen sinn kannst du nicht mit so jemanden diskutieren das ist das bringt nichts wenn jemand und du musst auch immer überlegen wenn dich jemand beleidigt ja wenn dich jemand beleidigt dann ist das ja immer eine form von schwäche weißt du wenn jemand dich einfach beleidigt du bist fett du bist hässlich du bist dieses jenes das ist ja immer eine form von schwäche eigentlich will die person gerne so sein wie du aber sie kann halt nicht weil sie prokrastiniert weil sie es nicht schafft zu schwach ist zu unmotiviert und so weiter und wenn sie dann noch nicht mal kritik verfassen kann ein argument hat dann beleidigt man so beleidigen tun nur leute die keine argumente haben also wenn dich jemand beleidigt kannst du davon ausgehen du hast was gutes gemacht das ist halt so also ich habe meinem team gesagt stumpfer hate immer löschen personen blocken weil es keinen sinn macht konstruktive kritik stehen lassen ich antworte darauf so sehe ich das halt gehatet wird immer von unten nach oben und du musst dir immer die frage stellen gibt es ein hater der ein besseres leben hat als du nein weil zum beispiel ich als jemand wo ich sagen würde ich feiere mein leben ich gehe nie auf irgendwelche videos und schreibt scheiße unter nie selbst wenn ich die video scheiße finde dann klicke ich die weg ich bin ja nicht dumm bin ja kein masochist wenn ich jemanden nicht gut finde dann gucke ich mir den nicht an wenn ich ein video und ich scheiße finde dann klicke ich das nach zwei minuten weg aber wenn jemand sagt ey du bist fett dann möchte man ja nicht unbedingt so sein wie die person naja wenn jemand sagt ey du bist fett dann möchte die person vielleicht gerne den gleichen erfolg haben wie die andere person oder so aber versucht halt irgendwie deine schwache stelle zu finden oder so weißt du ich meine aber es macht ja also es ist ja kein es ist ja kein punkt wo du dran ansetzen kannst um zu reden da wird ja nichts bei rauskommt na und ich habe auch noch nie jemanden gehabt der mich im realen leben beleidigt hat zum beispiel so der so sagt joe ich wollte nur mal ganz kurz sagen du bist der größte so ich habe deine videos gesehen und was soll dann auch kommen weißt du ich mein joe ich habe deine videos gesehen zum thema morning routine und ich habe das ausprobiert mit dem liter wasser trinken bei mir hat das nicht geklappt alter oder was aber was soll er sagen so weißt du ich meine also da kann ja auch nichts kommen so da habe ich wahrscheinlich so ein bisschen den vorteil dass ich halt so videos mache it's hard to hate so du kannst sagen joe ich bin nicht seiner meinung aber du kannst ist es schwierig mich dafür zu hassen so weil meine morning routine nicht funktioniert oder sowas aber ich habe auch früher mal also ich früher hatte ich halt tatsächlich mehr hate und ich habe früher halt auch immer gesagt joe wenn einer wirklich ein problem hat dann mach mit mir ein video so mach mit mir ein video lass uns mal hinsetzen und diskutieren und es kam halt nie jemand es haben halt leute geschrieben ohne profilbild aber es kam nie einer der sagt joe stimmt so ich will mich mal hinsetzen und mit dir reden so warum sollte man ein problem mit dir haben naja warum sollte man überhaupt mit jemandem problem haben weißt du also wenn du jemand nicht feierst so warum sollte ich meine zeit wasten um irgendwen zu schreiben oder ich habe so ein typen ist auch so lustig ich habe so ein typen der schreibt mir einmal die woche macht er sich ein fake account und ich glaube das ist immer der gleiche weil er schreibt immer den gleichen satz und er schreibt immer ich wette im realen leben kannst du mir keine 500 euro zeichen er schreibt jede woche kommt der ersatz jede satz jede woche kommt dieser satz ich wette im echten leben kannst du mir keine 500 euro zeichen und beim ersten mal als es geschrieben hat also ist fake also kein profilbild neue account folgt jemand und das erste mal als es geschrieben habe habe ich so meine story durchgeguckt habe so gedacht jo shit habe ich irgendwie so habe ich heute mit kohle geflext oder also wie kommt der überhaupt darauf und es war nichts in dieser story drin was irgendwie flexi war nichts gar nichts erstens was will er damit sagen zweitens was willst du mit solchen leuten machen ja matthias ist zum beispiel eher jemand der sich aufregt bei sowas naja wenn uns jemand so anpöbelt oder so matthias ist schon ein bisschen geladen als ich also ich bin da wirklich ein bisschen gelassen also bei mir muss schon echt einiges passieren dass ich wirklich aggro werde auf jemanden aber bei matthias ist schon ja der ist das schon ein bisschen anders so wir haben in münchen auch schon ein paar lustige sachen erlebt muss ich sagen wir haben schon ein paar lustige sachen erlebt so mit leuten die so in der parklücke standen und so meinten jo ihr parkt hier nicht und sowas also wir haben schon so ein paar sachen erlebt aber dass ich wirklich pöbel da muss schon wirklich was passieren da muss schon wirklich was passieren weil ich glaube keine ahnung ich glaube irgendwann ist man zu schlau dafür so ist klingt das zu hart jetzt aber ich glaube irgendwann denkt man sich so du kannst ja wenn du dir hate einfach sehr gut erklären kannst du weißt genau woher das kommt ja ich glaube dann regt dich das nicht mehr so auf weil du dir einfach weil du weißt dass eigentlich diese person ein armes würstchen ist so so von neid zu fressen ist wie so ein krebsgeschwür halt frisst dich auf von innen du bist irgendwann so voller neid so egal was du siehst du siehst ein auto du siehst eine uhr du siehst jemand der besser aussieht der dünner ist so und manchmal ich habe das schon echt so so leute gehabt die haben mich so getroffen und dann haben die so dann sagen die so jo ey digga man ich weiß gar nicht ob ich dir das sagen soll aber ich habe gehört dass mir hat neulich jemand über dich erzählt dass so und ich weiß noch einmal habe ich gesagt jo was ich glaube das war sogar bei instagram da hat mir einer gesagt jo ey mir hat gerade was über einer über dich geschrieben so ja keine ahnung man ob ich dir das jetzt sagen soll ich will jetzt auch nicht irgendwie schlechte stimmung machen oder so und ich war so ja was denn ja nee ich weiß nicht und ich sage ja komm einfach raus so sagt doch mal was du gehört hast weil ich finde das immer so geil so gerichte über einen selber zu hören und dann schickt er mir den screenshot und dann schreibt dieser typ dieser andere typ also nee das war das war eine also das war eine frau die mir das geschrieben hat und ihr hat ein anderer typ etwas über mich geschrieben okay und jetzt passt genau auf dieser andere typ hat geschrieben folgst du dem dann hat sie geschrieben ja und dann hat er geschrieben ja ja habe aber schon von einigen gehört dass das was er erzählt auch nicht immer der wahrheit entspricht da denke ich mir so was was das für eine info alter also also weißt du was was das für ein dis so und dann fand ich es halt ganz spannend weil ich mir so dachte ja okay und dann gucke ich mir den typen an und ich bin drauf gegangen und ich habe gesehen der war mal ich will jetzt nicht sagen fan aber er war mal follower und hat so auf meine stories reagiert so geile podcast folge dann habe ich ja so eins und eins zusammengezählt und habe zu dem mädel gesagt du ich glaube der schreibt dir das vielleicht ich einfach ganz geil findet und sich einfach so denkt wenn sie jetzt mit torben schreibt weil die hatte mich glaube ich in ihrer story markiert oder so es schreibt einfach weil er findet sie geil und sie markiert mich in ihrer story und er denkt sich so alpha verhalten ich muss den mal gerade de-edifizieren weil ansonsten verliere ich da gerade die tusse auf die ich stehe aber so sind leute ist genau einfach nur neid so und das ist ja auch völlig in ordnung naja genau media lancer wenn jemand kommt sagt ich muss dir was erzählen aber nicht jetzt also wenn das einer macht bin ich so raus wirklich also bei mir ich will immer alles straight so also wenn einer kommt und so ja ey ne und dann ey ne bro ich kann es dir doch nicht erzählen dann bin ich so digga also überleg dir bitte vorher ob du mir was sagen willst oder nicht und wenn einfach sagen mach mir eine voice schreib es mir aber bitte mach nicht so ein jo ich ich kann es dir doch nicht sagen weil das fickt deinen kopf viel mehr als wenn es dir einfach gesagt hätte